Musik Das sind die Anrufe von heute Morgen und damit sollte ich dich unbedingt daran erinnern, dass heute... Das sind die Nachmittag frei gehalten? Für jedes Jahr, an mir soll es nicht liegen. Oh Mann, das passt doch alles vorne und hinten nicht zusammen. Probleme? Wenn wir 23 mit Bild 25 tauschen, dann schaffen wir die 17 nicht. Boydys ist schon fast drei, ne? Ja, aber wenn ihr die beiden trotzdem tauscht und Bild 27 am Samstagvormittag reinschiebt, dann kriegt ihr die 17 im Banner. Walter Winter, ich hatte Ihnen mein Drehbuch geschickt. Das Bild hier, das sich ausprobiert? Ach, die Lesbogeschichte. Ja genau, Sie haben es gelesen. Hat es Ihnen gefallen? Die Exposition ist zu lang. Lassen Sie sich von meiner Assistentin einen Termin geben. Wir sehen uns. Ja? Bernie, ich weiß, du bist auf dem Weg zu deiner Tochter. Aber Greta will das Set verlassen. Was? Weil sie die Szene nicht so spielen darf, wie sie will. Wie auch immer, du weißt, was passiert, wenn sie erst weg ist und der Verleiher sein Geld aus dem Projekt zieht. Was soll ich denn jetzt bitte machen? Was sollen wir denn jetzt machen? Bernie! Bernie! Okay, okay, ich fahr vorbei. Du musst etwas unternehmen. Eine Ex-Frau. Und der Atem ist unter. Boah! 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 Bis zum nächsten Mal.